An Guzo's Abonnenten ganz kurz, wenn ihr euch wundert, warum Guzo jetzt gerade nicht mehr so hart in Stimmung ist. Guzo IST hart in Stimmung, aber er muss leise sein, weil sein Nachbar stresst ihn, weil Guzo halt auch so ein richtig geiler Rage-Bob ist. Die sechs viele mich, die sechs viele mich. Die sechs viele mich, viele mich, viele mich, viele mich, viele mich, gib mir alles, gib mir alles, gib mir alles. Der immer ein bisschen laut ist in seinen Videos. Nein, nein, ja, 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 diese, die sechs, geh mich rein, viele mich, viele mich, geh zu mir. Ja, ja, ich muss unten an deinen kleinen Teil gehen. Viele mich. Was? Hä? Du hast eine falsche Gefühle. Wo, wo, wo seid ihr denn? Nein, Digga, der hat sich verbunden. Nein, er hat da nicht. Wo, wo seid ihr denn? Natürlich hat er sich eben verbunden. Natürlich. Du hast ihn gefühle und er war uns als größer. Nein, Digga, ich hab nichts geguckt, ich hab nichts gedrückt, der hat sich eben verbunden, hast du's nicht gesehen? 4.000 Mess verloren, oh scheiße. Wo seid ihr? Entweder er will sich gleich splittern für mich oder er teamt jetzt auf einmal mit mir oder so. Ja. Nein, er will sich für mich splittern. Wo ihr seid? Links unten, ich geh gerade nach links unten. Ja, er will mich i dann. Okay, da bin ich. Oh fuck, er will mich die... WTF verteilt sich einfach viermal für mich und ich war richtig, ich war das kleinste, was es gab. Ich bin jetzt ganz rechts, leider. Warte, ich lass mich nochmal fressen und versuch so lange zu spielen, bis ich weiter den... Oh, okay. Mach mich doch nach links unten. So. Ja, ja, ich bin ganz unten, das passt schon mal. Fuck, der blaue ist jetzt so groß. Der ist jetzt vierter Platz wegen mir. Der fiedelt mich die ganze Zeit. Echt? Ja. Ja, wo bist du? Loll, du bist nur unter Platz. Ja, der fiedelt mich die ganze Zeit auch. Ey, guck mal, da oben Anusfrau, geh da weg. Gib mir was, gib mir was, gib mir was. Ja, warte, 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 warte. Komm nach unten. Warte, vielleicht fiedelt der. Guck mal. Gib mir was. So support channels sollte es auch geben. Loll, guck mal. Siehst du? Ja, da ist Guzo. Ah, da, ja, okay, cool. Wir team mit so einem richtig fetten blauen Typen. Guck, wir team mit so einem fetten blauen Typen. Nice. Okay, eigentlich ist der nur fett, weil der sich in dem Moment verbunden hat, als Lichtle in ihm drin war. Der kann sich, der ist auf jeden Fall nur so noch so groß, dass er, oh mein Gott. Ich fied ihn, ich fied ihn. Will er sich teilen? Äh, das kriegt er nicht hin. Loll, da ist einfach neunter Platz, ist gerade Anusboy, siehst du's? Ja. Loll. Oh, er will die, er will die acht killen, bestimmt. Warte, warte, warte. Oh, oh, ja, ja. Fied, 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 fied mich. Da kann ich die acht killen, Mann. Du musst mich feeden, da kann ich die acht killen. Fied, 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 fied. Fied, Mann. Achtung, Achtung, Achtung. Teil dich. Geht nicht, ich bin zu klein noch. Der blaue muss mich fliegen. Er für den Byte da oben. Oh, fuck. Wieder weg, wieder weg. Okay. Warum gibt's nur so viel? Ja, weil er hier gerade über den Shitmaker kann oder alles von uns gleich loosed. Eins von beiden passiert gleich. Geh weg, geht er weg, geht er weg, geht er weg. Die ist die Linie doch. Er hat unsere Masse geklaut. Ist er doof. Ist komplett weg. Ist er echt weg? Ja, er ist der Turm und ist da reingeflogen. Oh mein Gott. Ja, ich hab ihm alles gegeben von mir. Ja, ich weiß, ich hab ihn auch noch versucht zu retten mit meiner Masse. Hey, wir müssen uns zusammenbleiben. Komm wieder runter, komm wieder runter. Oh, oh ja. Wo bist du? Sehr gut, Disiak, sehr gut. Pass auf. Go away from here, my friend. Lol, der teilt sich gerade in den blauen. Die Team, der orange und der blaue. Ja, wenn der blaue sich jetzt nachher unten splittert, ich will zu lachen, der wird sich genau in das Ding rein splittert. Disiak, hier, der, diese hässliche Frau da. Geh weg, der orange. Geh weg. Oh. Oh. Disiak, nimm den Big Daddy. Geht nicht. Geh weg, geh weg. Oh, guck mal, was die für ein Team machen. Oh. Oh, was? Wie eskaliert er? Der ist so fett, Mann. Wie eskaliert er? Ich hab's spectate gemacht. Ich spektate den gerade, bitte. Ja, wenn man halt Team ist, kann man das halt easy machen, weil der fliegt jetzt einfach wieder in den Big Daddy rein und dann, weißt du, wisst ihr? Krass. Aber was für ein Typ, Alter. Blut, jetzt ist Arno-Spoil. Genau, ich sehe Arno-Spoil auch. Echt? Warte, ich fliege um den... Da bist du gut. Ja. Wie gut soll die ganze Zeit so flüstert sein? Ich sehe Arno-Spoil auch. Oh, er hat uns beide gefressen. Ey, Lüchle, wir waren gerade so groß. Ja, wir treffen uns jetzt wieder links unten, okay? Okay. Die sechst du. Die sechst du auch. Wir haben heute einfach vorgenommen, vier Videos zu machen, vorzuproduzieren. Ich habe eines nicht geschnitten gemacht. Ja, weil wir auch zwei Stunden ein Video brauchen. Damit kann man auch nicht rechnen. Digga, ich produziere jetzt am... Ich fange am Donnerstag an vorzuproduzieren für zwölf Tage. Weißt du, wie hart das wird? Wie viele Tage hast du Zeit? Einen. Vier dann. Drei Videos am Tag. Ich bin ganz links unten in der Ecke. Okay, ich komme. Ja, und der Nachbar über mir macht wohl immer mal ein bisschen Stress. Ich habe das nie gehört. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Und dann sagt mir halt eben mein Mitbewohner-Vermieter, sagt mir dann halt, ja, hast du das gehört? Ich sage, nö, ich habe nichts gehört. Und ja, der hat sich wohl wieder beschwert. Und naja, das muss ja auch nicht sein. Aber warum hat der sich denn beschwert, wie laut... Hä, was... Hä, wo wohnt der? Du bist eigentlich der Leiseste von uns. Ja, schläft der mit dem Ohr an der Wand, oder was? Stell dir mal vor. Der horcht so die Nachbarn ab. Ja, wo seid ihr denn jetzt, ihr kleinen Bitches? Wir kommen gerade nach links unten. Schokolade, man. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Achtung. Pass, pass, pass schon, da ist sie ja, ey, pass auf. Ey, ich bin Platz 7, Lichtlikorger, Guzo, hier drüben. Äh, gib uns Stuff, gib mir Stuff. Ja, gleich, Sekunde, da oben wer das nippelt. Guck mal, da oben was da alles ist. Nein, nein, verbühne dich zuerst, sonst stirbst du wieder. Ja, ja, ich weiß, deshalb richtig, ja. Nein, wir müssen mit dem Team spielen, gib mir jetzt Stuff. Richtig, richtig. Wir müssen mit dem Team spielen. Warte, 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 ich geh kurz hoch, ich geh kurz hoch, warte. Digga, wir müssen mit dem Team spielen. Ja, ich kann dir doch nicht drobern, du musst hier so zwischen mich kommen. Bleib jetzt stehen, bleib einfach stehen. Jetzt kann ich, jetzt, ich kann nicht stehen bleiben und dir gleichzeitig was drobern. Hey, na klar. Nein, es geht nicht, weil ich ja meine Maus dahintun muss, wo ich die drobern bin. Ich bleibe stehen und du gibst mir was, aber ja. Wo seid ihr grad? Links oben. Jetzt, 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 jetzt ist es ein kleiner Teil. Und fiegt mich schnell wieder auf 1000 hoch, ja, fiegt mich wieder auf 1000 hoch, schnell. Das passt noch nicht. Geht noch nicht. Jetzt. Fiegt mich auf 1000 hoch, faster. Warte, lass fiegt mich please und eure Farkis. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Fiegt mich. Nice. Ich bin auf 1100. Ja, ich auch. Nein, ich nicht ganz. Kann gar nicht sein. Ich bin auf 1011. Ja, ich hab, ich hab nur links unten. Ich weiß, warte, warte. Ich eat her den. Nee, eat ja du den. Ja, nice. Eat her, komm bei mir. Oh mein Gott, nein, nein. Fiegt mich, fraise mich, fraise mich, fraise mich, fraise mich, fraise mich, fraise mich. Oh. Ja, okay, nice. Aber, nohomo. Mo, nein. Mo, nohomo. Ey. Ich versuche seinen kleinen Teil da unten zu gelten. Guck mal, er muss von mir weg, er muss von mir weggehen. Bitte dich jetzt nicht so zu bist du tot. Ach, echt. Komm, ich geh hier rüber und hole mir hängen in Wara. Da. Luna. Oh, Stealth hat nicht getan. Ich hab mich verloren. Mayork, Mallorca. Ey, wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ey, Leute, da ist so viel Lazy-Footmann. Ey, Leute, da ist so viel Lazy-Footmann. Heute, wo seid ihr? Oh, links, links, links. Oh, man. Jetzt. Ich geh jetzt grad nach oben links. Ja. Komm nach oben links. Ja. 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 Vielen Dank.